Musik Mein Name ist Bernhard Brindl und ich bin Projektleiter bei der Firma Pilfinger Industrial Services in Österreich. Unser Unternehmen bedient den kompletten Lifecycle von Industrieanlagen. Pilfinger Industrial Services managt Projekte in den Branchen Energie, Chemie, Metallurgie, Papier, Zellstoff, Pharma, Lebensmittel und der Zementindustrie. Musik Die schweißtechnischen Herausforderungen bei diesem Stahlwasserbau-Projekt waren die sehr beengten Platzverhältnisse im Inneren der 44 Meter langen Wehrklappe. Musik Um für die Sicherheit des Schweißers im Inneren der Klappe zu sorgen, entschieden wir uns für längere Schlauchpakete mit dem Bullmig Schweißbrenner von Fronius. Musik Wir verwenden schon seit Jahren Fronius Schweißgeräte in unseren Werkstätten und auf unseren Baustellen. Die hochwertige Qualität sowie die sehr gute Kundenbetreuung ließen uns auch in diesem Fall wieder zu einem Fronius-Produkt greifen. Die längeren Schlauchpakete ermöglichten unseren Schweißern ein sicheres Arbeiten im Inneren der Klappe. Zusätzlich hatten wir einen sehr kontinuierlichen Drahtvorschub. Bei der Verwendung von kürzeren Standardschlauchpaketen hätten zusätzliche Öffnungen in der Klappe gemacht und anschließend wieder verschlossen werden müssen. Was mit erhöhten Kosten und zusätzlichen Zeitaufwand enthergegangen wäre. Musik 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 Musik